Wir haben die ersten wirklichen Androiden erschaffen, die unsere Welt betreten werden. Was wir dir anbieten, ist eine echte Erfahrung. Er hat mir für das Date nur ein Bietchen reingehauen. Es ist jetzt über ein Jahr her, als David gegangen ist. Wir haben etwas Umwälzendes in die Gesellschaft getragen. Happy Unboxing! Sein Name ist Bo. Hi. Er ist einer von drei Love Droids der ersten Generation. Und Mila ist seine Re. Sie hatte Sex. Wenn du likest, was ich mache, mache ich das öfter. Oh, oh shit! Und was machen die, wenn du nackt bist? Wird gepixelt. Und sie sind aus Japan? Einige Teile sind aus Japan. Happy Birthday! Glaubst du nicht auch manchmal, dass das Bo wirklich da ist? Vertraust du mir nicht? Dass er jemand ist, jemand eigenes und dass es mit einem anderen eben anders wäre? Er ist zu bestimmten Dingen in der Lage und zwar da nicht. Komm jetzt erzähl mal, was hat er denn so für Tricks drauf? Kannst du sich nicht jemanden aus Fleisch und Blut suchen? Du suchst dir jemanden, der gar nichts will, der gar keine eigene Meinung hat. Du bist so ein Arsch. Love Balance. Ey, man, lass mich ja lieber in Ruhe mit eurem Schatz! Du bist verärgert. Ich bin scheißgenervt von dir. Du bist nämlich nichts. Du bist niemand. Du bist nur ich. Es ist eure Beziehung. Ihr stellt die Regen vor sie auf. Ich liebe dich, Mama. Ich mache noch Fehler. Ich kann ihn ja einfach zurückgeben. Warum? Sei froh, dass du keine Gefühle hast.